Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier. Zurück auf Corona, wir schauen uns jetzt den Brunau HSRB5390 Tiertransporter an. In der Version 1.0 gibt es noch für PC und Mac von Simulator Games als Modder. Das Ganze findet ihr dementsprechend in der Kategorie Werkzeuge und dann Tiertransport. Und da habt ihr in Brunau oder Brunenau, wie man es auch immer ausspricht, HSRB5390 für 8700 in der Anschaffung, 443 Euro im Leasing. Wir haben mit Reifenhersteller und Reifenvariante an sich zwei Config-Möglichkeiten. Stargemässer Madrelleburg mit Standard und Lizard mit Lizard 9295 70 R18 Reifung, kostet 500 Euro extra. So sieht das Ganze in Game aus. Safari, HSRB5390 und dann hier nochmal den Hersteller. Pixelt alles leider etwas sehr, muss man sagen. Also das ist jetzt, also prinzipiell hier von allen hier, das passt soweit. Auch hier diese Streifen, man sieht das halt so an den Ecken, dass das alles so ein bisschen rauspixelt. Aber die die gilt selber nicht so toppy. Ich meine, es ist immer noch okay, aber ist halt nicht hundertprozentig. Dafür passt das hier wieder, ETS, Harmon, das passt wiederum. Dann auch hier, hier wurde die Telefonnummer, denke ich mal, aus Datenschutzgründen geschwärzt, weil es original ist. Also prinzipiell passt das auch. Vorne halt dementsprechend Anschlüsse und Kabel, ganz klar. Hinten dann noch diese Gitter, kommen wir dann zur Funktionalität noch dazu. Rundumleuchte ist mit dran. Oben eine Plane mit drauf, wir kommen mal hier mit rein. Wo dann hier die Tiere gehalten werden. Wir klitschen auch hier nicht raus, außer hinten. Hinten hat es keine Kollision, aber an der Seite und vorne hat es überall mit Kollision. Ja, prinzipiell von der Texturqualität ist es okay. Ansonsten habe ich da schon mal was vorbereitet, ist ja ganz klar. Kapazität gibt es bei den Trailern wie folgt. Wir können entweder 5 Schweine, 5 Schafe oder 4 Kühe mit reinladen. Testen wir auch einmal aus. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist das Ganze voll. Bestätigen wir auch dementsprechend mal. Wir sehen, es ist auch mit drin. Dann hauen wir das alles hier wieder mit raus. Hauen wir halt dementsprechend 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schafe mit rein. Ja, bestätigen. Sehen wir auch, 5 Schafe sind mit drin. Das passt soweit also auch schon mal. Dann haben wir die 5 Schafe wieder raus. Dann nehmen wir dementsprechend... Ja, 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 ja. Babam. Und hauen dann 1, 2, 3, 4, 5 Kühe mit rein. Bestätigen das Ganze. Auch hier 5 Kühe drin. Glitscht in dem Fall auch nichts mit raus. Wunderbar. Aber wir haben natürlich auch Pferde. Aber Pferde werden hier nicht unterstützt. So viel dazu. So, dann weitere Funktionalitäten. Erstmal das übliche. Blinker, Lichter, Rückwärtslichter, Bremslichter. Das alles funktioniert ohne Probleme. Mit der Taste N könnt ihr oben die Abdeckung öffnen oder schließen. Und Umleuchte geht hinten auch ohne Probleme. Mit der Taste X klappt ihr das Ganze auf. Da fährt das Ganze nämlich hier hinten runter. Einmal. Zack. Und zweimal. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste nach links und rechts vorne die Tür zu öffnen bzw. zu schließen. Oder mit der linken Maustaste diese Hitze oder Stäbe oder ihr wisst, was ich meine. Ich nenne jetzt einfach mal Leitlinie mit rauszufolgen, wenn ihr da irgendwo rückwärts ran fährt und so, dass die Kühe oder Schafe oder whatever, was ihr da drunter auch laden wollt, nicht abhauen könnt. Das ist eine schicke Sache, muss man wirklich sagen. Dann können wir auch hier, zack, ohne Probleme wieder einfahren. Wieder X klicken, wieder hoch, wieder fertig. Simpel, simpel. Ansonsten von den Anschlüssen her passt ihr soweit. Die Kabel gehen auch mit ran. Vom Anschluss hier unten passt es ohne Probleme. Läuft soweit. Ansonsten, Lock ist auch sauber. Gibt es auch nichts zu beanstanden. Könnt ihr euch also auch bedenkenlos downloaden. In dem Sinne, soll es das auch schon von meiner Seite aus gewesen sein. Darunter den Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Bis jetzt im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann auch der Renne. Tschüssigowski.